Stampy war also nicht der Mörder. Wir haben ihn zu Unrecht eingesperrt. Stampy, es tut mir leid, mein Freund. Es tut mir leid. Stattdessen haben wir aber herausgefunden, dass der Typ mit dem blauen Haar Sparkles getötet hat. Kurz danach wurde aber auch er getötet, weil wir uns dafür entschieden haben, dem Bösen zu folgen, anstatt unseren Freunden zu helfen. Auch dies war eine schlechte Entscheidung. Aber es ist ja nur ein Spiel. Let's go und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Story Mode. Genau, hier sind wir stehen geblieben, indem wir ihn jagen. Genau. Ah, jahoh. Er hat sich teleportiert. Das hat sich mega gelohnt. Wo ist er? Ah, dieser Mann. Dieser Mann ist fit. Da, Jesse. Ich kenne ihn aus. Ah, green screen. Okay. Ich würde sagen... Ich würde sagen... Oh, Jesse? Lucas? Hey. Give me a moment. Ich versuche das mal herauszufinden. Ich versuche das mal herauszufinden. Okay. Ja, das sieht ziemlich schlecht aus. Lucas? Du bist der Wutbunnen? Was? Nein, natürlich nicht. Wie kann man... Look, ich war nach ihm, und dann hat er mich in den Nacken geblieben. Ich versuche das mal herauszufinden. Nein, nein, nein. Ich weiß, was hier passiert ist, und ich will nicht über das. Einer von euch ist noch der Wutbunnen, und du versuchen es nur auf Lukas zu knallen. Ja, schulde Worte. Es ist ein schweres Rätsel. Ich kann noch nie... Weißt du, wie dein Kürbisbild? Ich kann noch nicht so ganz einen Schluss ziehen, aber... Also... Ich könnte mir gut vorstellen, dass es einer von den Charakteren ist, die man am Anfang sieht, oder einer der Charaktere, die gar nicht erst verdächtigt wurden. Ich bin trotzdem, was das angeht, noch sehr unschlüssig. Solange Lukas okay damit ist, dann... Ja. Aber wenn sie jetzt die Mörderin ist, dann ist es auch nicht so gut, dass wir sie dann mit Lukas allein lassen. Ah, ich weiß es nicht. Bitte was? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wir verhören nochmal die Verdächtigen. Jedes Porträt wird ab sofort kaputt gemacht. Ich truste diesen Bildern gar nicht mehr. Er kennt sich mit Tränken aus. Oh, ein Rätsel. Tür öffnet sich wahrscheinlich erst, wenn ich hier irgendwie was richtig... Ich weiß, was ich nicht mehr weiß. Ich weiß, was ich nicht mehr weiß. Ich weiß, was es muss sich in die Formen sein. Nee. Digit weiß ich nicht. Das war die erste Falle, nicht? Nee, halt, ich muss noch Ich muss noch ihn mit dem in der Mitte tauschen, weil Sand war ja das Ah, komm Okay Sand kann ich nicht mehr, ja komm Dann muss ich obviously die zwar noch kurz tauschen Sand war nämlich als letztes dran, soviel ich weiß Überhaupt nicht Hä? Okay, dann hab ich keine Ahnung, was ich gerade gemacht hab Baby, ja Ruhigt euch doch mal, niemand verdächtigt hier irgendwen außer mir Ich verdächtige nämlich dich, dass du den Abo-Bug noch nicht gehst Und das darf ich, weil ich bin der Detektor Barrier Blocks Ja, obviously schon Aber wir werden ihn aufhalten Egal was kommt Bam Dafür steh ich mit meinem Namen Aufbauende Rede Check Sehr schön Ich weiß nicht genau, wie man Leitern craftet Ich werde jetzt mal durch ins Crafting-Rezept schauen Und werde einfach mal so aus dem Kopf heraus Kraften Ich werde dich Ich dachte schon, ich müsste jetzt jede einzelne Craften Ich hätte euch das natürlich so schön rausgeschnitten Weil Ich könnte mir gut vorstellen, dass das nervig ist 5000 von denen zu kräften Bitte sagt mir, ich kann wieder B-spellen Ah, das ist eine Katze Okay, sehr schön Wir sind in einer Höhle Ziemlich tief unter der Erde Hallo Ist da jemand? Ich bin scared Obviously Ein Gefängnis? Sind da vielleicht unsere Charaktere dahinter? Warum macht ihr solche Sachen mit mir? Ach du meine Güte Ey Damit rechne ich in so einem Game halt mal gar nicht In einem Horror-Game bist du so ein bisschen drauf gefasst In Minecraft-Story-Mode Danke dafür Okay Das war Dann doch Ein bisschen zu viel des Guten Ach du meine Güte Na? Ja, da wollt ihr wohl durch Hier wollt ihr was? Das Zombie-Spawner? Safe Ich spawn aber nur Zombies, wenn Leute in der Nähe sind Also Not official Minecraft-Ruids Slime-Transporter Das ist das, was Ähm Der Dude vorhin verloren hat Als er gestorben ist Also vorhin In der letzten Folge Sorry Die werden in Hopper gesaugt und wahrscheinlich sortiert Da oben hätte ich jetzt auch gedacht Weil da ist Licht Ja, würde ich auch machen Ich muss wieder irgendwelche random Knöpfe spammen Bis zum erbitterten Tod Spider Oh man Tschüss Muss ich irgendwas drücken? Ja Ich hab's Okay Wo geht's denn hier lang? Hallo Wo sind wir hier? Ich find diese Grafik-Bugs manchmal lustig Das ist schon wieder nur so eine blöde Statue Aber sie catcht mich Werden angepflanzt? Stampy cat Ist es eine in-1 Stampy cat? Oh mein Gott, du hast mir eine Angst Was machst du hier? Ich kann dir die gleiche Frage stellen Eben Das ist nabhängig konfrontierend Ich brauchte dich finden, weil ich dir etwas wichtiges Ich habe etwas zu erzählen Ich habe etwas zu verabschieden etwas, was ich niemandem nicht gesagt habe Ja Wo geht's das? Ja Ich sag gar nichts Alle Antworten die es da gibt Würde ich so nicht sagen Ich würde mir Sorgen machen Was passiert wenn der White Körbis White Pumpkin Dieses Ding hat Das ist sowas von eine Falle Wenn ich da jetzt B drücke Nein Ist es nicht Okay Ja Ja Ich weiß, dass du dein Bestes zu retten Es ist nicht deine Schuld Dass die Spiegel ihn hat Ich mag das Ich rechne mit allem Eigentlich nicht Sehr edel aus Die Katzen Die Frau von Harry Potter Die hat auch Katzen Das Portrait kann man wieder kaputt machen Und da ist ein Geheimgang dahinter Das ist die Portal Halle Ja Es sieht aus wie die White Pumpkin Hat auch da gewesen Oh Das war nicht das Problem Den See angucken Was gibt es denn hier rechts Das könnte ich gerne mal Die Katzen tun Was haben wir denn in der Tür Warum man die Tür nicht aufgeht Wenn eine Katze drauf sitzt Ich weiß es nicht Ist im Original Minecraft Wahrscheinlich auch so Ausstand Ausstand Mhm Mhm Also für mich steht der Verdächtige fest Der Hauptverdächtige wegen den Katzen Wir brauchen noch ein bisschen mehr Stuff Gucken wir mal diesen See an Der sieht nämlich auch ein bisschen Na ich würde sagen seltsam aus Fisch Wir brauchen eine Angel Wir brauchen eine Angel Okay 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 Wir müssen eine Angel Craften Craften However Ähm Dogdog Oh no Wann TDM Those poor people See die for real tote Respawn in the hour Ich glaube nicht dass ich hier Dings finde Aber hier gibt es auch Safe cobweb Ja Ja Da können wir auch schon Eine Angel Eine Angel Eine Rod Craften Und damit dann auch ein Fisch Um Die Katze Weg zu tun Ja Würde ich so sagen Stalk mich nicht Katzen Ich kriege euch da schon auch weg Ich bin der Katzenmeister Wir sollten uns auf die Aufgaben konzentrieren Ja Ich hab's richtig im Kopf Das Problem ist Ich kenn mich nicht so mit Crafting aus Wie schon gesagt Ich glaub vorher Ich bin eher so der Creative Gamer Ähm Deshalb Ähm Müsste ich da doch Ab und zu Einmal nachschauen Wie man das denn macht Aber ich hatte den richtigen Ansatz Warum ist da Badrock Und warum ist der abgebaut So ein bisschen Oh Fisch 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 Thanks Leute Einfach mit mir gesprochen Und jetzt sitzt Die Katze Yo ich hab Fisch Ähm Richtig hochwertig Okay Hier Kitty Get the fishy There you go Jeez Many cats So many cats Ich weiß dass du keine Katze bist Du weißt nicht ob ich dieses Bild gut finden soll Ich weiß nicht warum unser Charakter sich so darüber freut Dass er unseren Grabstein entdeckt Aber nun gut Inside my hat Das Problem ist Ich wusste den Namen nicht Oh Oh yeah I guess you're right Ah Not only is she the white pumpkin But she owns way Way too many cats Well come on you guys It's time to prove Lucas' innocence And catch us a white pumpkin Ich könnte jetzt hier einen Schluss machen Aber ich hab nicht mehr die Zeit Nochmal aufzunehmen Deswegen machen wir weiter Warum parkt ihr so des Todes Es liegt wirklich an dem Wort Okay ich hab's verstanden Wir dürfen nicht das Wort Mörder sagen Ja aber Katzen Katzen It's hooked Uh It's hooked Da war kein Porträt. Boom! Ja, jetzt hat er die Gesicht mal gesehen. Es sollte kein Problem sein, wenn du ein hundert... Zutaten? Wirklich? Winslow? Er ist braun, orange und weiß. Easy. Schade. Entschuldigung, Jesse, aber... Es ist einfach nicht. Ich glaube, das bedeutet, dass der größte Kandidat... Okay, äh, ich hätte mir vielleicht die Katze besser merken sollen. Aber nun gut. Glaub mir doch einfach, ich bin der Detektiv. Ich wusste auch, dass der eine, der da nicht abonniert hat. Ich weiß das. Ich weiß nicht, wir müssen das machen. Ich habe das Flinnton-Steel geflogen. Du hast es? Du? Ich bin in dieser wunderschöne Welt, mit seinen wunderschönen zwei Wundern, für Jahre! Trappelt. Mit einem portal direkt unter meiner Nose, aber keine Schlüssel zu öffnen. Warte. Jesse war richtig. Du warst so richtig in deine wunderschöne Drogen. Du hast ihn geflogen und jemanden holst Cassie. Was ich tot der Welt? Ich will sie all of euch vor. Echt und euch alle von euch. Oh! Wir brauchen einen Tramp! Wir müssen sie ihn ausgesucht! Ich bin sie ausgesucht. Sie hat sich tot accomplishments, aber niemand select das. Entschuldigung. Sch navegd. Also wenn sie es wirklich war Bekommen was sie verdient Also heißt es jetzt nicht Dass ich sie eigentlich sterben lassen würde Wir gehen in dem Spiel Ganz 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 kurz Ich muss mich hier verteidigen Wir gehen in dem Spiel Logisch vor Ja In echt würde ich da trotzdem mithelfen Auszugraben Einfach weil man das nicht macht Egal was derjenige getan hat Er kann ja Also klar es ist ihre Falle so Aber trotzdem können wir sie nicht einfach Sterben lassen Aber da das nur ein Spiel ist Können wir das Also so Ihr versteht was ich meine Sie hat auch Hebe Das ist schon Sus genug Okay Aber ein wirkliches Geständnis Hatten wir nicht jetzt Oder Antworten wir mal so Und ich glaube ich habe es gefunden Ähm es sieht so aus Als wäre es Hier oder Da Ist gut Also Er hat eine Idee wo es sein könnte Ich glaube hier Irgendwie habe ich das Gefühl Das ist das doch nicht wahr Ich meine das ist ein schönes Angebot Aber ich glaube ich glaube wir werden Portal fahren Oh ich glaube ich glaube Stampy Hat dich da zu verabschieden Das ist richtig In all der Erinnerung Ich habe fast vergessen Es war nur ein Prank Ein harmloser Prank Und ich bin so sorry So sehr sehr sorry Ja komm Es ist Stampy Du wirst du niemals versuchen Einen zu verabschieden Und so Der Drama Continuert Heils es euch Ich kann Stampys Charakter Nicht bewerten Da ich ihn noch nicht Long enough kenne Wobei er schon ein bisschen cute Ich habe irgendwie das Gefühl Dass das noch nicht war Ich weiß es nicht Ich habe so ein ganz unwohles Gefühl Ja würde ich auch so sagen Sind halt YouTuber Sind meistens alle blöd Okay machen wir weiter Was ist der Der ist schon blöd Ich habe so gedacht Ich habe so gedacht Ich kann nicht glauben Dass wir endlich jemanden Mit jemanden Mit jemandem Mit jemandem Mit jemandem Mit jemandem Und sie ist Ein Pumpkin Mit Serealkiller Typisch Hier sind wir Wird du Wird dir die Ehren machen Jesse Und dann Das ist weird Doch ein guter Punkt Das Ganze zu beenden Oh das freut mich Okay Ich dachte mir schon Dass es noch nicht fertig war Weil die Story war Viel viel kürzer Als beim letzten Mal Und dann dachte ich mir Okay es muss noch irgendwas kommen Und einfach das Portal Funktioniert nicht Und Oh mein Gott Da war die Katze Ist die Katze böse Ich weiß es nicht Auf jeden Fall Wenn ihr auch wissen wollt Wer es ist Dann schaltet Beim nächsten Mal wieder ein Zeigt das mit einer positiven Wertung Ob ihr nochmal Bock Auf eine Folge habt Sonst kommt keine mehr Immer dran denken Bei drei Likes Kommt eine Folge Bei weniger nicht So Wir sehen uns Bis dann Und Ciao Leute Tschüssi Tschüssi Sch anxa Tschüssi Vielen Dank.